Wir haben wieder volles Haus wie letztes Jahr, das freut uns natürlich sehr. Wir haben eine neue Gruppe, Kach Arba, Sie werden sich da noch vorstellen. Ich freue mich auf dieses Konzert, das ist der zugleich der Abschluss der Jüdischen Kulturwoche. Ich freue mich auf die Musik, ich freue mich auf die Tiefe, die diese Musik ausstrahlt. Aber jedes Jahr freue ich mich aufs Neue und ich hoffe, Sie können sich auch befreien. Ich bin verstanden. 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 Ich bin verstanden.